Oh Gott, da sind noch Spitzer am Boden. Nein, meine Kanone! Ah, oben ist der Start. Das geht doch eh nach. Ja, das geht wirklich. Ja, genau. Du musst das irgendwie in die Stachle rein. Ja, das geht nicht. Ja, aber da ist wirklich jeder drin. Uah! Oh mein Gott! Ah, du dummer Hund. Schauhund! Der scheiß Hornig. Springen Sie mal! Das kann sich nicht aus. So ein Spaten, ey. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, was ist da? Das ist ja riesig! Ah! 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 Das habe ich gar nicht genommen, ich wollte den Bräter. No, oh mein, no! Ich muss schnell durchkommen. Ich habe gehofft, dahinter kann man auch irgendwo herbegehen. Ich glaube, da fahrt man einfach noch herbe. Das hat euch dann auch ausgeloget, ja. Die Levels werden schon immer komplexer. Ja genau, oder? Du hast zwei Dinge frei. Du hast zwei Dinge frei zum Durchspringen. Genau eine Männchenhöhe, musst du halt gut haushalten. Jetzt komm schon. Er hat da schon einen Bienenstock auch nicht gestellt. Ich bin in der Pyramide verschwunden. Die Bienen verfolgen da jemanden. Weide, wir sind es nicht. Oha! Tschüss! Was? Die Stachler sind fix und der Heuballer bewegt sich. Dreck! Das habe ich jetzt auch nicht mitgeschnitten. Oh Mann! Ja, der ist wirklich gut. Aber ich habe jetzt echt gedacht, ich habe noch ein bisschen Sinn. Ja, das habe ich mir jetzt gerade gedacht. Oh mein Gott! Ja, der ist wirklich gut. Ja, komm! Was? Okay, von oben gucken wir durch. In diesem Fall. So, ganz ruhig, Markus. Na komm! Ganz ruhig. Lass da zieht. Überleg dir jeden Schritt genau. Pssst! Das war wie eine Chance. Also, ich... Na wie... Geil. Da werden wir ja jede Menge Spass haben. Ah! Nicht, dass ich den Pfeil blockiere. Ja, ja. Schönen den Kack. Nichts haben wir hier wieder hinterfabriziert. Was gehts? Gibt es da da noch? Ja, du kannst durchlaufen, den kannst du genau bei der Münze runter. Ah, echt? Ja. Tschüss, Markus. Boah, fuck. Ich wollte gerade zeigen, ich sehe es nicht. Ja. Aber volles Karacho in den Arsch. Oh, wow. Wenn jetzt ein Box-Send... Jetzt soll ich mal das richtige Werk probieren. Ja. Ich wollte gerade zeigen. Wenn jetzt ein Box-Sendschuh gekommen wäre, wäre es schweilig gewesen. Sehen wir. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen. wieder in ihrem Pfeil. Ja. Spitzenmufti, muss man schon sagen. Ganz ruhig. Oh, da ist ein Doppelhahn, ich da muss auf. Ganz ruhig. Ja, nicht die Kanadestreifen. Oh, no, nein. Ah, ist das genial. Oh, Mann, du bist ein Pender. Oh, Mann. Nein. Nicht schlecht, Vivi. Ja, da ist ja auch eine normale Münze unten gewesen. Ja, was? Ja, bin ich denn da nicht, da bin ich schon verzwungen. Mit einem Bait, oder wie? Nein. Ja. Späcki. Ah, getrackt. Du hast ja langsam noch einen Wussten, ich gar nicht stelle. Ja, der ist so zugebaut. Jetzt haben wir irgendwo in der Mitte hin, ist der Wurst. Ne, komm, lass die Bombe. Die stacken. Das war echt gut. Warum zu mir? Nein. Naja, irgendwer hat dich gestreift. Nein, nicht auf. Warum? Nein, lass dich gut. Nein. Jawohl. Oh, hau gut, König. Ganz ruhig. Oh, mein. Oh. Oh. Nein. Das ist nicht gut. Simon! Bist du? A. A. Noo! Nein, Birne! Jedes Mal, wenn ich die scheiss Kugel aktiviere, sind alle anderen schon tot. Das ist richtig langweilig. Den verfolgen wir an der Birne. Oh Gott! Oh no! Tschüss Markus! Nein! Ah fuck! Oh mein Gott! Oh oh! Gar nicht mehr. Nein! 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 Ah, die ist keine Ahnung, die ist so Gold wert. Was? Was? Die hat er doch jetzt zweimal ane gescheuert. Sudden Death! Sudden Death! Los! Ach so! Ich habe einen Gleichstand. Ich bin als erster zur Fahne gekommen, wenn du stirbst. Ja, ich weiß es, aber es tut nicht. Komm, die Biene holt nicht sie, oder? Jawohl! Und go! Bitte, 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 Simon! Ja, ja, ich spawne ja nicht. Ja, man spawnt nicht so schnell. Wie man sich erhofft. Ah! Die Kanone ist... Die Kanone ist so tödlich. Ah! Jawohl! Nice! Huuuch! Aber das ist echt... Wie ist man die Kanone? Comeback! Comeback Time! Die Kanone ist so tödlich. Wie ist die Kanone? Wie ist die Kanone? Wie ist die Kanone? Wie ist die Kanone? Was verstehen wollen als ich... Ich kann nicht mitmachen und...